Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Männer, wie hat uns denn unser Sabbatical gefallen? Das war angenehm und ich habe extrem viel onaniert. Ich bekomme also diese Anzeige wegen schwerer Körperverletzung auf den Tisch und Korruptionsklagen gegen Sie. Soll das etwa ein Bestechungsversuch werden? Nein. Verdammt. So, was haben wir jetzt hier gelernt? Bestechung und Korruption? Böse. Ganz herrlich. Fortschritte sind gemacht worden. Die planen scheiß Raubüberfall. Bingo! Noch Fragen, Gentleman? Was ist mit dem Fahrer passiert? Der Content, komm. Das Geld hat er mitgenommen. Fast eine Million. Eine Million Dollar. Eine Million Dollar. Eine Mille? Wessen Geld? Unser Geld. Die ganze Sache geplant hat dieser Engländer namens James Mangan. Wo finden wir den? Wenn ich jetzt euer Hagi wäre? Hagi wäre. Na, Kleiner? Wo finde ich denn James Mangan? Ich weiß es nicht. Ich schwöre bei Gott. Ich weiß es nicht. Gott, ich möchte meine Fahrer wieder ab. Niemand, gib doch die Fahrer kaputt. Sorry, Mann, tut mir leid, ich wollte... Jetzt ist sie kaputt. Die Dinger haben gar keine Anlagen mehr. Ohne gutes Drehbuch ist alles nur scheiße. Sie waren nie für ihre Familie da. Und nun laufen sie so lange als Katze rund, bis sie das wieder ausgebügelt haben. Siehst du? Ist nicht wahr.